Das Schiff hat Kanonen und das Schiff hat Kanonen und wir haben ja ein neues Schiff. Achso, das habe ich auf Rute geschickt. Ich war ja sogar am überlegen, ob ich nicht die kleinen Schiffe nehme und mit Kanonen ausrüste. Einfach damit wir halt... Ja, aber ich will eigentlich schon große Kriegsschiffe. Und zwar sechs an der Zahl und dann können wir da unten eben schön aufräumen. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Dann würde ich nämlich mit... Ah gut, aber das Ding könnten wir auf ein kleines Schiff umladen. Zum Beispiel auf den da. So. Gut, und dann würde ich doch mal hier sagen... Ja, wie gesagt, du hast deine Rute. Da hinten habe ich ja zwei große Ruten. Dindididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid Ich dachte, ich hätt die Streuern von denen schon erhöht. So. Theater kriegt ihr nicht. So. So. Du, 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 du. So, wie schaut's mit dem Tabak aus? Das ist okay. Okay. Na, Ärztchen, dann komm doch mal. Ein bisschen da bist du. Ah, wunderbar. Schon erledigt. Ja, wunderbar. Dann würde ich den Stein doch vielleicht sogar mal billiger verkaufen. Für 22, ne? Oder 15. Gut. Das ist sehr gut. Das ist einfach sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Du, 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 du. Nee. Hm. Ich mag sowas nicht. Du, 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 du. So, euch kann man eigentlich mal zur Ruhe legen. Zur Ruhe betten, wenn wir eh grad keine Steine haben. Also, zu viele. Okay. So, wir schauen uns mal. Das sieht alles gut aus. Das sieht echt alles gut aus. Schaut's mit Lebensmitteln aus. Lebensmittel. Sieht auch alles gut aus. So, du hast dich ausgeladen. Das ist toll. Dann kannst du auch wieder hier weg. Deine Route war die und die. Jo, super. Okay. Dann geht das alles dahin. Und dann würde ich doch mal sagen... Da, 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 da. Was ist mit deiner Route? Alles klar. So. Dann haben wir die kleine Nervensäge jetzt auch weg. Und haben wieder 100 Tonnen Kakao. So. So, und dafür bräuchten wir quasi einen Hafen. Können wir ja mal da machen, ne? Dann flitzen wir mal mit dem dahin. Und wir nehmen den anderen Honor mit. Und flitzen mit dem Honor dahin. Dann können wir da einen wahren Austausch vornehmen. So. 50 bitte. Zack. Zack. Kann man zu dir sagen. Jupp. Jupp. Und jupp. Und dann gehst du wieder in den Schutz deines Gedönsels. Und den anderen'ren quatschen kann man ja da lassen. Also den können wir ja da lassen. Spannende Musik So, oh ja, da käme ja eh von da da unten rein. Das wäre ja fast gar nicht so blöd. Ah, was das blöde wäre, wäre ich müsste ja da Kanonen mit runterbringen. Hm, okay. Welche Kanonen habe ich jetzt eigentlich? 23. Wird das Schiff hier unten vielleicht mal fertig? Okay. So, dann bin ich jetzt mal gespannt, wie das dann mit dem Verbrauch aussieht von meinen Waren. Hm, aber noch sieht alles gut aus. So, und die... Weißt du was? Ich lege die jetzt mal schlafen. Wenn ich eh keine Rohstoffe habe, dann macht das relativ wenig Sinn. Dann macht das relativ wenig Sinn. Wenn ich eh keine Rohstoffe habe, macht das relativ wenig Sinn, da einfach nur Kohle auszugeben. Dann tun... Dann tun... Dann tun... Dann tun... Dann tun... Dann tun... Man kommt gut aus. Ich hab' da eigentlich noch irgendwo anders Holz rumfahren... Ist es irgendwo gestapelt? Nö. Freibeute lauern euch auf! So, dann würde ich dich doch mal erhöhen wollen. Ah ja, gut, geht jetzt nicht. Na gut, dann lassen wir es. Ich wollte gerade zeigen, dann würde ich dich doch mal erhöhen wollen. So, legen wir dich auch mal schlafen. Werkzeug haben wir gerade eigentlich erstmal genug. So, und der Bürger, der müsste dann gleich eskalieren. Der Bürger muss deeskalieren. Okay, er tut's nicht. Und der Rest, das ist eigentlich alles in Ordnung. Ah, meine Steine werden gekauft. Spielstand gespeichert. Okay, und vom Tabak her passt das gerade super. Das heißt, den könnten wir eigentlich auch fast... Ja, wunderbar. Den könnten wir eigentlich auch fast zurückschrauben. Eure Stadt hat tausend Einwohner erreicht. Schön. Schön, schön. Gut. Ähm, wie gesagt, ich soll's im Auge behalten, ob meine Rohstoffe zurückgehen. Aber das ist noch alles über dem Verkaufsgedönse. Das hier sowieso. Schauen wir mal, wie hier die Auslastung aussieht. 100%. Okay, das ist also exakt am Grenzlimit. So. Dann würden wir eigentlich hier fast sagen... Können wir hier eigentlich wirklich fast sagen... Also, die können wir eigentlich abreißen, oder? Weil... Das mit dem Tabak, das passt ja jetzt. Im Grunde ja. Joa, im Grunde schon. So. Gut, dann bauen wir das Schiff doch mal weiter. Ja, toll. Ah, doch. Ein bisschen zumindest. Ich hatte gerade gedacht, das ist ausschließlich jetzt für... Eisen eingesetzt worden. Ausschließlich. Aber ist es nicht. Die Sache mit der Erzschmelzreise, also die zeigt der Holzmangel, der ist einfach nervig. Bom, bom, bom. Na, legst du es drauf an? Okay, ja, tut's nicht. Wir würden hier landen. Dann eine Kaserne bauen. Den Turm wegbrezeln. Das ist es halt. Wir machen den Turm von außen weg. Aber erstmal machen wir hier das Ding platt. Und dann kommen nämlich regelmäßig, ähm, gegnerische Schiffe. Die wir dann ausradieren. Eins nach dem anderen. Das ist halt so. Und dann... Also der Plan ist eigentlich gemacht. So, dann kannst du erstmal aufschlafen. Ich will jetzt nämlich eigentlich das Schiff fertig haben. So, wie schaut's bei dir aus? Wie schaut's denn hier aus eigentlich mit dem Eisen? Eine Tonne Eisen noch. Und du hast noch wie viele Tonnen? Okay. Wie viele Tonnen Kanonen haben wir eigentlich gerade? Okay, das reicht auf jeden Fall für zwei Schiffe. Das reicht auf jeden Fall für zwei Schiffe. So, und das eine müsste ja bald fertig sein. Ah, die bauen auch Holz. Äh, Holz ist gerade so wirklich das... Das... Wie heißt's? Ähm... Die Achillesse. Wir müssen uns echt überlegen, ob man nicht irgendwo... Neue Werft hat ein Schiff fertiggestellt. Ob man nicht irgendwo ein Holzding bauen. Oder ich schick die hier halt doch wieder auf Route. Und übernehmen das dann für... Übernehmen die beide. Wobei, eins wird ja reichen. Also so, wie das gerade läuft. Reicht eins. Dann nehmen wir doch den da. So, stopp. Genau. Du nimmst hier... Zack, zack. Und... Wuuuuh. Rup. Hopp. Zack. Dann kannst du hier unten dich reparieren lassen. Und bei dir machen wir genau das gleiche. Zack, zack. Und... Äh, ne. Nicht so war das, sondern so war das. Zack. Dann kannst du dich da anschließen. Und ich wollte ja sechs haben. Oh. Ich dachte schon, der Tabak würde zur Neige gehen. So, dich wollen wir reparieren. Schiffsreparatur beendet. Rutenheini, ne bist du nicht. Du kannst auch hier rüber. Okay. Gut. Was wir halt wirklich brauchen, ist... Ähm... Kanoniere. Dafür brauchen wir Kanonen. Und für Kanoniere brauchen wir ja... Ähm... Ähm... So, und ich bin eigentlich der Meinung, dass halt... Vier Schiffe nicht reichen. Da verlieren wir zu viele. Ähm... Und deswegen würde ich eigentlich fast tippen. Wir müssten sagen... Ähm... Wir bauen noch zwei. So, aber dafür... Wir haben kein Eisen mit... Doch, wir haben noch eine Tanne Eisen. So, aber gleich ist die... Die... Produktion hier rum. Hm? Um... So, wir...